Der Fitness-Rend 2015 für die jüngeren Mitglieder, natürlich nach wie vor Figur- und Gewichtsabnahme, Stoffwechselkuren. Für ältere Mitglieder ganz klar Gefäßgesundheit. Gefäßgesundheit, eben das, was man durch Sport alleine nicht mehr in Bewegung bringen kann. Flow is the name of the game. Gefäßgesundheit, also schwache Arteren, schwache Wehen, ist auch ein Thema für BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement. Auch das ist ganz, ganz wichtig für die Fitness-Zentren. Also Gesundheit und gute Figur.